Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs ist als einer von der Zeit fünf Strafsenaten des BGH ein Spruchkörper des obersten deutschen Gerichtshofs. Der ordentlichen Gerichtsbarkeit Anders als die übrigen Spruchkörper des BGH hat der fünfte Strafsenat seinen Sitz nicht in Karlsruhe, sondern in Leipzig. Sitz Der fünfte Strafsenat war seit der Gründung des Bundesgerichtshofs ein auswärtiger Senat dieses Gerichts. Zunächst war er in Berlin ansässig und sollte unter anderem der von westdeutscher Seite allerdings stets bestrittenen Rechtsauffassung der Westalliierten Rechnung tragen, dass West-Berlin nicht integraler Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland sei und daher nicht von Karlsruhe aus regiert werden könne. Seit dem 14. Juli 1997 haben der fünfte Strafsenat sowie die dazugehörige Dienststelle des Generalbundesanwaltes ihren Sitz in Leipzig. Der Wechsel von Berlin nach Leipzig erfolgte als Ausgleich für die Verlegung der Bundesregierung von Bonn nach Berlin. Der Wechsel nimmt zudem Bezug auf den historischen Sitz des Reichsgerichts in Leipzig. Besetzung Der Senat hat folgende Besetzung Vorsitzender Vakant Stellvertretender Vorsitzender Günther Sander Beisitzer Ursula Schneider Michael Dölt Peter König Nikolaus Berger Thomas Bellay Burkhard Falke Die Berufung eines neuen Vorsitzenden verzögert sich aufgrund eines Konkurrentenstreitverfahrens. Auf Anrufung eines unterlegenen Bewerbers hat am 12. August 2015 der VGH Baden-Württemberg rechtskräftig entschieden, dass ein neues Auswahlverfahren durchzuführen ist. Vorsitzende Zuständigkeit Der Geschäftsverteilungsplan des Bundesgerichtshofs regelt die Zuständigkeit der Strafsenate derart, dass jeder Senat für Revisionen aus dem Bezirk bestimmter Oberlandesgerichte zuständig ist und darüber hinaus sogenannte Spezialzuständigkeiten wahrnimmt. Gegenwärtig sind dem 5. Strafsenat folgende Aufgaben zugewiesen. Die Revisionen in Strafsachen für den Bezirk des Kammergerichts sowie für die Bezirke der Oberlandesgerichte Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Dresden, Hamburg, Saarbrücken und Schleswig. Die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden gemäß 29 EG GVG in Angelegenheiten der Strafrechtspflege oder des Vollzugs. Die Entscheidungen in Vorlagesachen gemäß 121 ABS 2 Nr. 2 und 3 GVG Entscheidungen Da der 5. Strafsenat unter anderem für Revisionen gegen Urteile des Landgerichts Berlin zuständig ist, hatte er über die Verfahren gegen ehemalige Mitglieder des SED-Politbüros zu befinden. Indem er dieses als Täter und nicht nur als Anstifter der Tötungen an der innerdeutschen Grenze qualifizierte, bestätigte er den Gesichtspunkt der Tatherrschaft als ein entscheidendes Kriterium zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme.